Alle reden vom Bauhaus oder genauer, alle reden von 100 Jahre Bauhaus und nun auch wir hier bei Radio Korax. Aber wir wären nicht Korax, würden wir nicht versuchen, einen Unterschied zu machen. Alle reden vom Bauhaus, wir wollen dem eine kritische Perspektive hinzufügen oder entgegensetzen. Das heißt nicht, dass wir einfach nicht vom Bauhaus reden. Die Unterschiede ergeben sich eher, wie man darüber spricht und darin, welche Aspekte man herausgreift. Reden wir also hier in den nächsten Stunden vom Bauhaus, so ist erstmal zu klären, was war das Bauhaus eigentlich, was war das Neue am Bauhaus in seiner Zeit, was war das Charakteristische am Bauhaus? Wir haben das Hans Christ vom Württembergischen Kunstverein gefragt. Das war tatsächlich diese Struktur und Form der Lehre, die da angegangen worden ist. Also man hat einfach diesen Unterschied nicht mehr zwischen High and Low, also der hohen Kunst und dem Handwerk. Man hat versucht, das aufzulösen, die Differenz. Man hat die Lehre eben in der Grundlehre tatsächlich an den handwerklichen Kenntnissen. Das zeigte sich auch in den unterschiedlichen Werkstätten, die etabliert wurden, angesetzt. Und man sah sich auch im Geiste eines neuen Menschenbildes, des Industriezeitalters, wenn man so weit gehen will, wo tatsächlich versucht wurde, die neuen Werkstoffe, die jetzt aufkamen, in Verbindung zu bringen mit einem neuen ganzheitlichen Menschenbild, was sich andockt an dieses Industriezeitalter. Das andere, was auffällig war, ist, dass das Bauhaus, das von vornherein, heute würde man sagen, unter so modernen Marketingstrategieperspektiven sehr international begriffen hat. Also die ganzen Bauhausbücher und Kataloge, die waren von Anfang an auf Russisch, also die beiden großen neuen Systeme adressiert, auf Russisch und Englisch auch übersetzt. Es wurden von D-Style, was ja gleichzeitig auch zu betrachten ist, zum Beispiel als Gastlehrende, als Besucher Theophan Duisburg eingeladen oder von der Seite, der russischen Seite, mit aufgreifendes Konstruktivismus, Malevich. Die wurden aber auch immer wieder eingeladen, um sich gleichzeitig auch abzugrenzen. Und natürlich war sich das Bauhaus auch dieser Parallelität zu den großen Schulen, zum Beispiel in Moskau, Wutemass, was ja praktisch zeitgleich gegründet worden ist. Also man hat sich von vornherein einmal als eine neue nationale Form der Schule begriffen, aber sich auch von vornherein sehr international aufgestellt. Es gab im Grunde genommen auch eine neue Idee der Hierarchie zwischen den Lehrenden. Ob das wirklich so aufgegangen ist, da kann man große Fragezeichen dran machen, wenn man nachher die Meisterhäuser etwas später dann mit der zweiten Station in Dessau sieht. Aber eine neue Idee der Lehre, wo die Lehrenden, die eigentlich eingeladenen Lehrer, gleichzeitig aus den Klassen heraus wieder Assistenten hatten, die dann auch eine Position in der Lehre mit einnehmen konnten und es immer ein starkes Feedback zwischen den Studierenden und den Lehrenden gab. Und das andere, was immer proklamiert wurde, war auch das povere, einfache Material gestalterisch so aufzubereiten, dass es unmittelbar im Alltag nützlich wurde, also funktional wurde. Sagt Hans Christ vom Württembergischen Kunstverein. Ein Verein, der übrigens interessanterweise im letzten Jahr eine Ausstellung über das Bauhaus gezeigt hat. Nun haben alle das Jubiläum eingeläutet, in Weimar, Dessau, Berlin und in anderen Städten heißt es 100 Jahre Bauhaus. Stellt sich die Frage, was kann man mit so einem Jubiläum überhaupt anfangen? Das haben wir Sebastian Helm gefragt. Der ist Gebrauchsgrafiker, Teil des Büros für Lösungen Schröter und Berger und arbeitet in Weimar an der Bauhaus-Uni. In verschiedenen Arbeiten hat er sich immer wieder mit der Geschichte des Bauhauses auseinandergesetzt. Hier also seine Meinung zum Jubiläum. Ich würde eigentlich sagen, das ist ein Staatsakt. Also das gab es ja schon mal in den 60ern wurde das Bauhaus quasi, ja, also Ulm wurde geschlossen, die Hochschule, die ich übrigens als Nachfolger eigentlich des Bauhauses sehe. Und zeitgleich wurde das Bauhaus als Exportschlager groß gemacht. Und das war schon damals, wurde sehr viel Geld, also glaube ich auch schon Millionen in Ausstellungen gesteckt, die dann wandern sollten, also um die Welt. Und das Bauhaus wurde also zur deutschen Kultur gut richtig ernannt. Und mit dem Staatsakt meine ich eigentlich auch noch, es ist ja wirklich nicht nur Weimar, Berlin, Dessau, sondern eigentlich die ganze Bundesrepublik feiert das gerade, ja. Das muss man ja auch sehen. Also überall gibt es, in Thüringen gibt es halt noch Bauhausknödel, solche Sachen. Aber auch Westdeutschland feiert, ja. Und da können wir also überall, in Oldenburg oder im Museum, wir finden überall solche Ausstellungen. Und es reden ja Politiker zu den Eröffnungen. Also es ist eine wichtige Sache mal wieder. Und das ist natürlich, da ist man immer auch ein bisschen skeptisch, weil es natürlich auch ideologisch aufgeladen ist. Und jeder Politiker, der dort spricht, bei den ganzen Eröffnungen zählt natürlich das, was Politiker machen müssen. Also die müssen ja Politik machen. Und dementsprechend wird das Bauhaus auch verschieden ausgelegt und verschieden dargestellt. Und das finde ich immer wieder interessant. Und irgendwie bei der ganz großen Eröffnung, finde ich, gerät es ein bisschen so in die Belanglosigkeit. Aber gut, so kann sich jeder sein kleines Bauhaus bauen. Bei Sebastian Helm, den wir im Laufe der Sendung auch nochmal hören werden, also eine gewisse Skepsis gegenüber den großen Bauhausfeierlichkeiten. Jakob Heiner hat für die aktuelle Ausgabe der Korax-Programmzeitung eine Kritik des Bauhaus-Jubiläumsspektakels formuliert. Bei ihm hört sich das so an. Das Jubiläum zeichnet sich zunächst dadurch aus, dass es wirklich einen ziemlich entleerten Begriff vom Bauhaus popularisiert. Also das Bauhaus wird ja quasi als Wiege der deutschen Moderne gewissermaßen dargestellt. Und das ist auch eine Erzählung, die dann relativ unkritisch eigentlich übernommen wird. Damit einher geht gewissermaßen, dass die Idee des Designs ebenso unkritisch quasi übernommen wird. Und man sich auch den Begriff der Marke versucht anzueignen. Also es wird quasi gesagt, das Bauhaus habe die moderne Markenentwicklung geprägt. Nun ist es so, dass das gar nicht so abwegig ist. Denn tatsächlich hat das Bauhaus sehr viel zu tun mit moderner Markenentwicklung. Sowohl Walter Kropius, der Gründer des Bauhauses, als auch zum Beispiel Le Corbusier, der ja auch sehr wichtig war für die Architekturgeschichte der Moderne, haben in dem Büro von Peter Behrens früher gearbeitet, der eine Art Corporate Design für die AEG damals entwickelt hat, was ein entscheidender Schritt war in der Geschichte des Bauhauses. Aber quasi auf diese Art und Weise, quasi als Marketing- und PR-Maßnahme wird auch heute das Bauhaus vor allem wieder verwendet. Und da fallen natürlich sehr entscheidende Aspekte der Geschichte des Bauhauses auch raus. Und das ist eigentlich quasi bei einer Hauptkritik an diesem Jubiläum, dass die Widersprüche, die sehr viel zu tun haben mit der gesellschaftlichen Situation damals, nicht analysiert werden. Stattdessen wird quasi ein Abziehbild vom Bauhaus propagiert, was dann, wie gesagt, sehr viel zu tun hat mit diesem entleerten moderne Begriff und ich finde auch einen entleerten Begriff von Design, Form, Funktion und so weiter. Das Bauhaus soll als Marke etabliert werden, das sagt Jakob Heiner. Dabei war das Bauhaus widersprüchlich, das sagt auch Ralf Hüttner, der ist Politikwissenschaftler und Referent der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Angesichts dessen, dass innerhalb des Bauhauses selbst verschiedene Ideen und Strömungen im Widerstreit miteinander lagen, lässt sich die Frage stellen, inwiefern kann man denn eigentlich von dem Bauhaus sprechen? Es gibt natürlich das Bauhaus einmal als Einrichtung oder als Gebäude oder dann zweitens als Idee, also die Bauhauspädagogik, die Bauhausarchitektur, die Bauhausgestaltung, also Funktionalität und Schlichtheit ergibt dann auch Schönheit. Da gibt es ja auch verschiedene Phasen sozusagen in der Arbeit des Bauhauses. Man muss sich ja immer vor Augen führen. Sondern es waren dort ja, glaube ich, über 1200 Studierende und an die oder um die 100 Lehrende, die natürlich jeweils ihre Ideen auch eingebracht haben. Es gab auch einen, wie soll man sagen, so einen Wechsel auch in der Ausrichtung, auch was die Kooperation mit der Industrie irgendwie angeht. Insofern kann man das nicht so eindeutig beantworten. Das ist auch, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, was heute so ein bisschen die Idee ist, das wird so ein bisschen glatt gestrichen. Es wird ein positives Image auch verbunden, dass man sagt eben, glaube ich, das Motto der offiziellen Kampagne der Bundesregierung und auch fast aller Bundesländer, die sich ja in so einem Konsortium da zusammengeschlossen haben, ist ja die Welt neu denken. Dass man eben sagt, ja die Moderne, also Deutschland war eben auch mit die Wiege der Moderne. Und man muss ja wissen, es ist, glaube ich, unstrittig, dass das Bauhaus das wichtigste Ereignis oder die wichtigste Einrichtung, also was jetzt Deutschland angeht, in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts ist, gerade vor allem auch wegen der weltweiten Wirkung. Und das bedeutet natürlich, dass versucht wird, jetzt ein positives Image aufzubauen und natürlich Aspekte, die jetzt nicht so schön sind, die werden natürlich ein bisschen runtergedimmt. Zum Beispiel gab es natürlich auch immer von Anfang an, schon vor der Gründung in Weimar und auch in Dessau, Kritik von Völkischen, von Rechtskonservativen am Bauhaus, die da immer im Grunde dagegen gehetzt haben und schlussendlich ja auch insofern erfolgreich waren, als er das Bauhaus in Dessau dann auch schließen musste und noch eine kurze Zwischenepisode in Berlin irgendwie hatte. Und natürlich muss so eine Kampagne, die ja auf Tourismus und Imageproduktion irgendwie setzt, die muss natürlich das Ganze ein bisschen glätten und das auch verkaufbar machen und Bedürfnisse nach Nostalgie, nach Identifikation, nach Unterhaltung natürlich auch bedienen. Es gab ja auch sehr viel Geld, es gibt ja drei Museumsneubauten, das eine ist schon eröffnet in Weimar im September, wird in Dessau ein Riesenmuseum und Magazin irgendwie eröffnet und glaube ich 2022 wird es dann ein Erweiterungsbau für das Bauhausarchiv, was ja auch eine Art Museum irgendwie ist, in Berlin geben. Und sehr viele Museen haben sich dann natürlich jetzt drangehängt, haben Forschungsprojekte gemacht, machen Ausstellungen in Leipzig, in Oldenburg, in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Kampagne und ja, das ist ja in dem Sinne nicht schlecht. Also wir stehen ein bisschen quasi in der Position, dass wir sagen, okay, wir haben auch viel Kritik, aber natürlich ist es erstmal gut, wenn das Thema Bauhaus in die Öffentlichkeit kommt, weil das war ja eine dynamische, eine innovative und im Grunde auch sozial gesehen erstmal eine radikale Einrichtung, die natürlich im Bündnis mit bestimmten Leuten in der Industrie und auch in der Verwaltung agiert hat, aber erstmal von der Idee her schon einen humanistischen Ansatz oder auch einen gesellschaftskritischen Ansatz hatte, der ja auch aus den Debatten in der Kunst oder auch in der Architektur und auch in der Gestaltung vor 1919 schon entstanden ist. Das Bauhaus ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben sich ja auf Ideen bezogen und die aufgenommen oder die auch sich vielleicht angeeignet, die ja andere oder eben Personen, die dann am Bauhaus waren, schon vorher diskutiert und auch entwickelt hatten. Es geht also darum, die Widersprüche des Bauhauses hervorzukehren, die einer eindeutigen Vereinnahmung im Wege stehen. Zu den Widersprüchlichkeiten des Bauhauses gehört auch der Anspruch des Funktionalismus. In diesem Anspruch kreuzen sich, so Jakob Heiner, Fortschrittlichkeit und Konformismus. Man muss ja auch sehen, wogegen sich das Bauhaus gewendet hat, nämlich gegen diesen Wilhelminismus, also diesen Historismus, der quasi schon mit einem Stahlgerüst baut, aber alles sieht so aus wie quasi im spätgotisches Mittelalter. Also die Fassaden sind dann irgendwie in diesen neogotischen Spielereien noch gemacht, aber innen drin sind das ganz moderne Grundrisse und das ganze Fundament ist quasi schon anders gebaut. Also das ist quasi die Kritik, die vom Bauhaus auch ausgeht, dass dieser ganze Wilhelminismus, Historismus quasi wirklich eine Oberflächenverkitschung ist. Und das stimmt. Und deswegen quasi denkt das Bauhaus eben sowas wie Form und Funktion zusammen. Und das ist auch außerordentlich wichtig. Jetzt passiert aber in der Folge etwas, was uns wiederum etwas kritisch stimmen sollte, nämlich es führt zu einer Verdinglichung des Funktionsbegriffs selbst. Denn die Funktion ist ja nichts Naturgegebenes in der Architektur oder in jedem anderen Fall auch nicht, sondern die Funktion von Bauten ergibt sich natürlich überhaupt erst gesellschaftlich. Also auch die gesellschaftliche Funktion wiederum ist natürlich auch abhängig von den Klassenkämpfen einer Zeit, den Kräftekonstellationen, den politischen Konstellationen, wer als Auftraggeber in Frage kommt und all diese Fragen. Also wenn wir davon ausgehen würden, dass die Funktion schon immer klar ist und quasi die Form dieser Funktion nur zu folgen habe, also Form follows Function, diese Aussage von Ludwig Mies van der Rohe, der ja dann auch Direktor des Bauhauses war, der letzte. Also wenn wir quasi sagen, quasi die Funktion ist schon immer klar und die Form müsste nur hinterher als Design, dann denke ich, hat man eben gerade nicht das wirklich moderne Verständnis, nämlich einer gegenseitigen dialektischen Durchdringung eigentlich von Form und Funktion verstanden. Und ich denke, in diese Falle gerät das Bauhaus tendenziell, dass es zu so einer Verdinglichung des Formbegriffs kommt und damit aber auch dazu, dass sich eben der Stil, der daraus entstandene Stil, eben auch anpassen kann. Und zwar auch anpasst, also sowohl an die Erfordernisse des Kapitals, quasi irgendwie, dass überall so kleine Angestelltenwohnungen gebaut werden und so weiter, oder aber auch an die Erfordernisse des Faschismus. Das ist genauso möglich. Und darin steckt quasi so ein heteronomes Moment, diese Konzeption des Funktionalismus. Und das sollte man, denke ich, auch im Hinterkopf behalten. Die Moderne ist faschismusfähig. Das ist ein Satz, der im Laufe dieser Sendung noch einmal auftauchen wird. Diese Erkenntnis muss nun nicht unbedingt heißen, den Anspruch des Funktionalismus in Bausch und Bogen zu verwerfen. Vielmehr lässt sich daran entdecken, innerhalb des Bauhauses selbst standen unterschiedliche Konzepte von Funktionalismus im Widerstreit. Das lässt sich insbesondere entdecken, wenn man nach Dessau blickt. Hannes Mayer verfolgte ein anderes Funktionalismus-Konzept als Walter Gropius. Und deshalb musste Hannes Mayer am Ende auch gehen. Das ist die These des Architekturtheoretikers Philipp Oswald. Man muss sehen, bei Mayer, das ist sehr interessant, dass er eigentlich zumindest fünf Phasen sehr unterschiedlicher Architekturkonzeptionen durchläuft, weil er eigentlich ständig immer den Beruf und die Architektur grundsätzlich infrage stellt und versucht, anders zu denken. Die Phase des Bauhauses ist besonders produktiv und insofern auch kein Zufall, dass es jetzt auch zum Weltkulturerbe geworden ist, vor allem Bernau, er versucht, es ist zum einen eigentlich fast ein, also er hat anders als Gropius, hat er nicht den Vorstellungen einer Typisierung, Normierung, Industrialisierung, Top-Down. Also bei Gropius und Mohoni gibt es eigentlich eine Vorstellung, wir sind eine Elite, künstlerische und technische Elite und eigentlich wie in so einer zentralen Planwirtschaft schaffen wir die optimalen Lösungen und die sind dann irgendwie gesellschaftsweit umzusetzen. Das ist eigentlich das Versprechen, was Gropius liefert und wo man jetzt böse sagen kann, was dann die DDR mit dem Plattenbau auch eingelöst hat. Hannes Mayer kommt ja aus der Genossenschaftsbewegung und er hat eigentlich so eine Art, das ist eigentlich wie in der Kibuzinbewegung in Palästina, ist die Idee eigentlich so bottom-up mit den lokalen Kräften, auch den sozialen Akteuren, Projekte zu entwickeln und auch mit den lokalen Möglichkeiten, was auch ganz eigentlich so eine Art protoökologisches Bauen ist. Das sagt zum Beispiel von den Baustoffen her, wenn es Ziegel gibt, lokal, was ja in Deutschland auf der Fall ist mit den Lehmgruben, dann lass uns Ziegel verwenden, wir müssen keinen Beton verwenden. Er fand diese Obsession mit modernen Baumaterialien, Klass, Stahl, Beton, fand er albern. Er hat gesagt, es geht darum, das, was irgendwie angemessen ist, zu nehmen. Und insofern sind auch die Bauten in Törten und Bernau halt keinem klassischen Bauhausstil mit weißen Fassaden. Das sind Ziegelbauten, weil eben der Ziegel preiswert lokal zu haben war. Und die sind sehr auch im Detail vom Gebrauch durchdacht und funktionieren deswegen heute auch noch sehr, sehr gut. Die Kropiuschen Bauten sind viel mehr vom Bild gedacht, von dem ikonografischen, wie sich das dann auch in den Medien, in Büchern, in Filmen zum Ausdruck bringt. Der Gebrauch, also de facto ist Kropius eigentlich gar kein Funktionalist. Wenn man es hart sagt, ist er ein Reklamearchitekt, da kommt er her und da geht es auch hin. Das sind immer Schraubauten und bei Mayer geht es nicht um den äußeren Effekt, sondern es geht um den Gebrauchswert. Funktionalismus versus Reklamearchitektur, zugespitzt, dieser Gegensatz wäre zu diskutieren. Unterdessen wird klar, zum Beispiel mit Hannes Mayer lassen sich Seiten des Bauhauses entdecken, die für uns heute immer noch interessant sind. Überhaupt, eine Kritik des Jubiläumsspektakels heißt nicht, dass man nicht selbst auch etwas Bewahrenswertes am Bauhaus zu entdecken hätte. Ich denke, das Bauhaus hat wirklich die Frage gestellt, wie sich im modernen Bauen, in der modernen Architektur Funktion und Form verhalten. Und diese Frage einmal präzise gestellt zu haben, ist etwas sehr Wahrenswertes meines Erachtens. Aber das ist ja das Problem. Also man kann das ja genau nur bewahren, indem man diese Frage heute stellt und indem man nicht nur einen Aspekt oder ein stilistisches Moment oder irgendetwas quasi verdinglich jetzt quasi 100-Jahr-mäßig irgendwie abfeiert. Also das heißt, wenn man das Bauhaus ernst nimmt und quasi daran eben auch etwas erkennt, also wirklich die Formulierung einer Aufgabe, dann denke ich, muss man diese Aufgabe neu formulieren. Also dann muss man fragen, wie es denn mit dem Städtebau heute aussieht, wie sich eigentlich die Aspekte Arbeit, Freizeit, Konsum im modernen Städtebau niederschlagen. Also wirklich die Frage, man muss die Frage ernst nehmen, wie wollen wir leben? Und das ist eine Frage, die das Bauhaus durchaus gestellt hat. Und es ist außerordentlich erstaunlich, wie wenig diese Frage auftaucht innerhalb dieses ganzen Jubiläumsgeschehens. Vielen Dank.